hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ls 22 hier im studio mein name ist master schröder und ja wir sind weiterhin bei mais häckseln dabei das wird uns ja sagen wir mal jetzt jeden monat ein wenig begleiten also nächsten monat auch noch im anderen ich habe die ganzen anderen ballen das kann ich euch gleich zeigen noch schon eingewickelt neu eingewickelt und auch schon wieder verladen das heißt also der lkw ist jetzt richtig beladen und da ist keinen irgendwelchen katsch schon noch mit drauf oder nicht drauf gehört wie auch immer man quatsch jetzt definiert arbeit ist nichts mehr drauf was nicht die lageballen heißt doch ein heubann ist auch drauf aber das war ja der der vorher schon noch in der in der box drin war der ließ sich ja nicht vermeiden ja also das haben wir soweit geschafft das ist schon mal ganz gut und jetzt versuche ich das hier mal einmal gerade zu beißen ob ich das hinkriege ich weiß dass mir hier glaube ich die bahn lang ja ich weiß die ersten waren lang und gucken wie voll wir sind ja erst mal zudem und das nächste ist es also diese woche war ja sehr ereignisreich also die letzte woche jetzt ich bin jetzt hier am samstag unterwegs euch erreicht dass ich glaube ich am montag ich musste für die samstags folge muss ich noch das kommt immer ein bisschen das habe ich mir noch gar nicht fertig gemacht für die aktuelle folge naja das machen wir gleich zwischen den folgen so muss ich da muss ich ja dann muss ich ran youtube aber kommen wir zu dem was eigentlich passiert ist und wo wir uns ja häufig mal drüber unterhalten haben thema formel 1 wir haben uns ja immer mal wieder über die formel 1 unterhalten haben gesagt so menschens kinder braucht ja der ist ein bisschen langsam der ist ein bisschen schnell das geseih das mit die ganze zeit in irgendein auto reingehört ja okay kann man machen muss man nicht nur aber ja also da hatten wir auch durchaus meinung zu und jetzt ist ja was passiert also als sich das das erste mal gelesen habe ich gedacht so kommt es ist irgend so ein scheiß clickbait dreck mist hier da will bloß irgendeiner sich jetzt wichtig tun und mir erzählen dass hamilton bei ferrari fährt nur klar das wird er tönen ich mir so gedacht also auch in dem tönen so ein bisschen wolfgang stumpf mäßig das ist aber auch wirklich also mit dem ganzen trotz daran hier in irgendwo in wendekreis und zu lenken das ist gar nicht so einfach und dann auch noch so möglichen bärchen wir kriegen alles kaputt ja jedenfalls habe ich das wirklich ich habe das nicht geglaubt ich mir kommt nix jetzt hier irgend so eine ente und dann geht es weiter dann wurden aber immer mehr nachrichten portale beziehungsweise sozusagen dingen denen ich folge auf twitter oder x jemals twitter oder eben was zeigt wie gut der web kann ja also naja und ja also ich war total irritiert ob der mein melde und auch kam immer mehr und kam wirklich immer weiter und sonst irgendwas und dann hat er sich das natürlich dann als auch die offiziellen statements sowohl von ferrari als auch von mercedes und toto wolf und auch louis hamilton kam und auch carlos seines die arme sau der smooth operator denn der tut mir richtig leid in dem ganzen trauerspiel um den also ist immer so dass das dieses jene city sind würden also sind diesen heißt ja so die fahrer wohin wechseln die fahrer und wer und die da und ich glaube ralf schumacher wird nicht umhin kommen bei jedem möglichen fahrerwechsel sozusagen dort könnt auch mit drin sitzen ja könnte er wird aber wahrscheinlich nicht also ich kann also ist aber ich wünsche sieben jahr weil der name schumacher ist schon das ist schon eine bürde und wenn er jetzt in es doch schafft noch mal einen formel 1 cockpit zu erobern und eventuell dort auch wenn er jetzt richtig glück hat vielleicht eventuell der nachfolger von hamilton bei mercedes wird was ich nicht glaube ich denke mal er ich könnte mir schon vorstellen dass sie hier vielleicht sogar ein fast ab rein kriegen das hätte schon was klar logisch also mir ich würde auch feiern und mich freuen darüber wenn mich diese chance bekommt vielleicht machen sie auch bloßen ein jahresvertrag mit mit dann und sagen hier kommen du fährst uns das auto noch mit ein und dann ist oder bis dann dann ist wie heißer unser lieblings fahrer fast hatten dann frei ich meine lieblings fahrer aber dann kann er aus dem vertrag raus oder so hat dann ausstiegslausel und dann dann geht es ja möglich sein dass alles sowas gibt habe ich auch ein bisschen umgeparkt hier damit ich da ein bisschen besser ran fahren kann muss was mit einem lkw vorne rückwärts rein fahren also irgendwie so der richtige platz dafür ist das hier nicht aber okay also zu wechseln hier gut dann machen wir den ganzen kasten erstmal aus hier weil die häcksel maschine kann er die ballen wickelmaschine kann jetzt gerade nicht ihr guckt nicht wie die stelle steht man kann jetzt gerade nichts weiter einladen weil anhänger ist voll so dann machen wir den zug mit y und wir haben 125.000 die 122.500 liter hier drauf und 20.000 also voll und scheinen die dreieinhalb tausend einer uhr ich weiß es doch auch nicht so und viereinhalb tausend heu haben wir noch mit drauf so die bringen wir jetzt ins lager ja also dass hamilton wirklich zur frage ging ich konnte es nicht glauben es ist nun so ich weiß nicht wie ich das finden soll also ich persönlich sagt mir ich wie als ich habe mit nie sehen dass er die ambitionen hätte in einem ferrari zu sitzen die chance hat er wahrscheinlich schon oder hätte er haben können als vettel zur frage gegangen ist so in dem zeitraum oder als den dekler dazu kam oder so ich glaube da gab es immer mal wieder die möglichkeiten das zu machen wo er weil ich will ihm nicht absprechen dass er noch in seiner prime ist das kann ich nicht beurteilen weil er typ ist fast so alt wie ich glaube ich da wird was er 38 oder so 37 38 39 schon irgendwie so den im dreh also er ist so ende der 30er schwebt er rum und ich muss sagen ich merke bei mir immer mehr also ich musste das ist jetzt nicht was gehen da noch gar nicht drüber erzählt oder das ist zum optiker muss mir eine brille machen lassen muss muss ich unbedingt zwischen dem urlaub machen das ganze alles durchreißen zum optiker gehen sie test machen brille dafür besorgen und dann halt dem dass ich dann eine brille habe und ich will eine halte ich will auch eine brille haben die ich ganz einfach auflassen kann ich nicht nur aufsetzen muss wenn ich lesen muss und so muss immer gucken wie ich das mit ihm hinkriege dann ist der nächste die nächsten 500 euro weg wahrscheinlich und dann ich weiß noch nicht was für eine art von brille ich ganz gerne haben möchte ob ich eine eckige haben möchte mit mit kunststoff rahmen oder ob ich eine und dann muss ja brillenputztücher brillen nicht wie es eine zweite brille am besten auch noch gleich machen ich weiß es noch nicht ganz genau aber wie gesagt also bei mir kommen ja auch die auswahlerscheinungen immer näher ich meine bei mir ist nun auch noch eine rapide auswahlerscheinungen da das ist jetzt was ganz anderes da kann ich euch auch noch möglichkeiten zu geben dann steht jetzt zumindest schon mal ein vorgespräch im krankenhaus fest das heißt also ich werde am ende meines urlaubs das ist aber auch wieder als wenn ich die termine geplant hätte am ende meines urlaubs werde ich ins krankenhaus gehen weiß ich noch nicht ob ich gleich da bleiben kann oder nicht das also dass der heubeln übrigens die weißen sind die die ich mit dem anderen teil da zusammengebunden habe ich nicht nahe genug dran jetzt habe ich erwartet ob sich die anderen so rein so geht ja auch wir sind bloß rein in den träger hier also die weißen ballen sind alles ballen die ich so das ist natürlich jetzt auch blöd ich hätte vorher die ganzen die fertig gegärten schon mal rausholen sollen was dem na gut dass das problem werde ich dann später lösen müssen okay dann machen wir das jetzt noch mal schnell muss die fertig gegärten die muss ich woanders hinstellen ich muss jetzt hier mit silage ballen alle raus lagern jetzt muss ich rausfinden welche von fertig gegangen gegärt sind das ist ihre 99 prozent okay das sind fertig das sind silage ballen das ist auch fertig der ist auch wenn ich weiß gar nicht wie viel ich davon hatte ist auch fertig der nicht erst gerne 0 prozent so die sind alle bei gieren 0 prozent der ist auch bei gieren 0 prozent texte so ja auch habe ich ja schon wieder halte aussortiert ja auch 0 prozent wenn ich fertig hier der ist fertig das ist auch einer gieren 0 prozent die weißen können auf jeden fall darüber nehmen alle drei auch alle drei das ist auf jeden fall ja auch haben wir gar nicht mehr so viel sie da so ihr habt hätte gedacht ich hätte mehr so so der hier oben ist noch ein silage ballen gut aber wir haben noch fünf ballen jetzt ich hätte gedacht dass wir mehr gewinnen aber gut die müssen da alle hin eingelagert werden es sieht gerade nicht schön aus ich weiß so also das sind die beiden die quasi fertig sind und ich jetzt 35 von 35 die mg sind so sehr gut okay dann haben wir das dann können wir weiter fahren naja mit der silage dann nochmal befüllen und ich glaube einmal futter müssen wir machen dafür die kühe heute denke die kommen nicht mehr über den winter also über den nächsten monat na gut ja ja also wie gesagt wir werden sehen was da passiert innerhalb der saison es laufen ja glaube ich jede menge verträge aus also alonso läuft aus bottas und und hier die beiden bei haas laufen aus also auch da gehe ich mal ich weiß jetzt nicht ob unter den fahrern jetzt natürlich allen erst mal so das händereiben losgehen und sagen so jetzt strenge ich mich die saison so richtig an und um mercedes zu zeigen dass ich der bin den sie haben wollen ich glaube kevin kmack der denkt sich das auch der der ich glaube der hat kriegt den gedanken so nach dem motto er ist meine chance bei mercedes unterzukommen ich bin jetzt mit dem messer zwischen den zehn ich haben sie jetzt alle von der straße und wird weltmeister weiß ich nicht er ist übertrieben dargestellt also aber bei kmack könnte ich mir das sogar vorstellen dass sie genauso denkt und legitim also ich sag mal ich kann warum soll man einem rennfahrer der dort daran teilnimmt dann an einer veranstaltung absprechen dass er nicht sagt ich werde weltmeister auch in einem haas jetzt kann man erst mal denken man hat vielleicht nicht unbedingt das fahrzeug dazu ist da texas ausgeschnitten drin sieht ja komisch aus was das denn wir sollten das dann teilweise eine andere textur apropos bei den kontrakts gibt es das andere gibt es nicht da ist aber noch aktiv der kontakt ist den werden wir um mit den denen werden wir in der nächsten folge anfangen glaube ich oder beziehungsweise warte mal was schaffe ich das heute muss das ja fertig machen abgeben und ein geld einkassieren innerhalb einer folge das muss ich vorbereiten könnte man schaffen heute drei folgen hat auch das schaffen machen machen wir das im häcksel gut dann später weiter wir trennen uns ja nicht weg aber den auftrag den will ich halt nicht über den speichern hinweg haben muss ich mal gucken ob ich das heute schaffe oder nicht schon mal das feld aber ernten das sollte in einer folge drin sein vielleicht anderthalb folgen so jetzt müssen wir einmal in der wendung machen wir den bock wünschen einmal probiert hier und sieht man da zwischendurch haben wir noch mal neu geladen weil ich dachte ich muss ja gucken ob vielleicht noch neu dazu gekommen ein bisschen weiter darum kommen dass ich dann jetzt den arsch langsam bei hinschieben können schon mal die optik und drücken wir b das haben wir so lange rückwärts und bis er den ballen da einsackt und dann sagt er nämlich nur den ballen ein dann müsste jetzt der andere kann ich ausmachen so dann kann ich den wieder anmachen hier so brauche ich ihn dafür da brauche ich in den traktor mit den beiden anhängern und dann den medrescher brauche ich dafür für den auftrag das sieht dass wir hier erstmal ein paar stehen und fahren und schnell rüber an die macht es keinen sinn es macht nur sind wenn ich hier fertig bin dann machen wir jetzt sind denn es jetzt wirklich die lage diese woche noch mal dran und wenn die silage fertig ist wenn wir alles vorbereiten dafür dass wir dann dann den das mehwerk machen können doch gut also die ersten 100.000 silage haben wir schon 100.000 liter silage heißen schon mal 50.000 euro ich bin da rauskriegen also wir kriegen ja pro 1000 liter kriegen noch 570 euro raus also so mehr als beim verkauf und ja das wird so schön werden ich freue mich schon richtig drauf die große also das wird das wird auch glaube ich zelebriert die große bga zu kaufen das ding da zu kaufen das hätte ich mir sehr gut vor und wie gesagt also meine überlegung oder meine hoffnung ist dass diese elm creek map dass die auch funktioniert im 25 ja 25 oder wie heißt der nächste ls ist auch egal wie er heißt und dass wir einfach weiterspielen können dass er 25 die ganzen sachen mitnehmen und dann einfach weiterspielen können das wird wahrscheinlich eine weile dauern mit den ganzen motzen sonst irgendwas vielleicht immer nur 22 noch ein bisschen spielen und dann auf dem 25 umsteigen das wäre sozusagen mein persönliches räumchen an der sache wenn das funktionieren würde da hätte ich da hätte ich richtig bock drauf aber ja kann natürlich sein dass es dann erst mal ein halbes jahr sozusagen überschneidung gibt dass man den 25 gar nicht spiel sondern 22 im ende sind es ja sowieso im spielprinzip ändert sich ja nicht es gibt vielleicht ein paar neue früchte aber auch da sieht man ja die neuen früchte die jetzt mit eingeführt werden ich muss sagen diese rüben pastinaken und so was dazu machen wenn du denn so eine ackerfläche hast hier so riesengroß wieder drüben was wir dann nachher mit der wie heißt das zeug bürze haben wenn wir das wirklich überlegt aber du musst acht oder zehn hektar von diesen mobilen ein reihe herausruppen bis der monikerin das ist wirklich das stellt eine artet ihren strafarbeit aus so dann gehen wir nach vorne und dann machen wir jetzt dann geht es hier los und dann häckseln wir jetzt erst mal runter rein weiß rein weiß in den mais doch doch von mais gibt es doch auch so kontext sollst du aus mais die macht gibt es gar nicht jedoch aber weiß brot gibt es das weiß ich habe ich noch nie gegessen oder ich bin mir nicht sicher bis mal gegessen habe schon irgendwo in einem restaurant kann es möglich sein dass ich da schon mal mais brot gegessen habe also sonst so könnte ich mich jetzt erst mal nicht dran erinnern ansonsten finde ich meistens eine tolle pflanze die ist schon nicht schlecht die kann schon was so wir fahren jetzt einfach mal bloß hoch runter abladen hoch runter abladen und der hoffnung dass das schneller geht als in dem mit dem vollen hänger die ganze zeit hinter dem ding zu warten weil wenn ich hier einmal hoch runter fahre glaube ich dann habe ich so in etwa so viel drinnen dass ich ich schaffe ich den um so knapp dass ich dann immer noch dass ich dann einfach nur so fahren kann der oben fertig ist ich abladen kann und dann weiter geht es ja es ist das mit dem mit der gewalt sind da an der stelle vielleicht nicht ganz so ideal gehalten das hat es erst einmal lang nur kurz ist wo es nicht wahrscheinlich daran waren die kollision mit dem mit dem hänger anfängt aber solange alles im rhein fliege geht es ja so ja da gibt es ja auch neuigkeiten sogar oh ja stimmt habe ich auch schon wieder dinge gehört dass die jetzt angst vor mond beben haben und das erst mal untersuchen wollen wo die jetzt dort dann irgendwann doch wirklich astronauten hoch schicken und am südpol ihre also am hohen südpol wollen wir die base machen weil sie da gefrorenes wasser im gestein vermuten und b die ganze zeit sonnenlicht eben kommt das ist ja und sonnenlicht heißt halt energie und das ist halt eben das was man da braucht vor allem heißt es auch dass man ein bisschen wärmer hat man muss das ganze ding die ganze zeit hochheizen muss man zwar trotzdem weil auf mond ist jetzt nicht unbedingt sehr warm weiß ich gar nicht wenn die sonne drauf knallt dann müsste ja doch einigermaßen eine ähnliche temperatur wie hier entstehen vielleicht sogar noch mehr weil die ganzen schätzenden schichten nicht drüber sind aber in der nachtseite dollar auskühlen könnte das weiß ich gar nicht mond oberflächentemperatur völlig unbekannt na gut egal wo wir werden jetzt so weiter häckseln in der nächsten folge wir sehen uns dann bis denn ich hoffe ihr habt spaß woos woos